Hallo, hier ist ihr und willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong und ich hoffe, der Ingame-Sund ist nicht zu laut, ihr wisst ihr, ich hab da jedes Mal meine Probleme, aber gut, Welt Nummer 4 starten wir diese Woche, Spooky House. Ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet, ich weiß nur, dass die Gamer-Entme gesagt hat, dass diese Welt hier brutaler wird als die letzte und das klingt zumindest interessant, weil ich mich mit der letzten schon etwas schwer getan hab, aber gut, wir werden sehen. Hm, nebenbei, ich kann nicht so unbedingt auf meine Uhr schauen für dieses Projekt, aber ich denke mal, das werde ich schon irgendwie geregelt hinbekommen. Schauen wir mal, da ist nur ein Schlüssel, keine Boxen und der kommt wahrscheinlich, ja, so schnell runter, dass ich den, doch, da ist eine Box, hat sich dahinter versteckt, okay. Schauen wir mal, wenn wir den aktivieren, kommt der nicht mehr runter, gut, gut. Ich schätze mal, das wird eine Menge mit diesem Wumms halt wahrscheinlich zu tun haben, ne? Hm, gut, wie mach ich denn das? Moment, wenn ich den aber aktiviert hab, kann ich ja da durch. Aber dann kann ich unmöglich da zu dem Ding. Okay, ich hab ne Idee. Ich glaub, ich weiß, wie ich das machen muss und zwar muss ich wahrscheinlich so machen und dann so. Wow, 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 genau. Das war ja gar nicht so schwer, auch wenn ich jetzt ein bisschen Zeit dafür... Nein, du Idiot von einer Mario! Mensch, ich wusste ja nicht, dass ich einfach durch die Tür geht anstelle, dass ich erstmal die Box holen kann, aber gut. Merken wir uns das auf jeden Fall. Hm, da sind Stacheln. Ich nehm sehr stark mal an, dass die irgendwie runterfallen werden, wenn ich dran vorbeiläufe, aber schauen wir mal. Und ich kann garantiert auch nicht oben auf dem Wurm drauf, wie es zum Beispiel in Mario 64 der Fall war. Aber gut, hier kann ich drauf stehen. Da komm ich nicht hin. Na, geh weg von mir. So, jetzt nochmal zurück. Nein, 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 nein. So, genau, das wollte ich. Na, komm, komm, gut. Komm, sauber. Was haben wir noch? Einen roten Scheiter, den wir definitiv aktivieren müssen. Machen wir gleich. So, fahr runter, du dummes Vieh. Hüpp. Ha, 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 ha. Gut, ich hab leider das Rote nicht geholt, weil Mario irgendwie zu blöd war. Aber ich wette, ich hätte hierfür sogar einen Stern bekommen, weil ich war doch echt schnell, oder? Fängt zumindest gut an. Fängt auf jeden Fall besser an als die letzte Welt. Muss ich sagen. Na, aber gut. Welt Nummer, oder 4, Welt 4 Level 2. Hm. Okay, noch mehr in Kombination mit den Schaltern und den Fließbändern. Warum denn nicht? Schauen wir mal. Ich sehe schon, da drüben kommen wir wahrscheinlich nicht so hin, aber wenn wir das aktivieren und so und so und so und so. Und dann dürfte das passen. Und hier ist ja irgendwie gar nichts los an Gegnern. Und ich hoffe, ihr hört gerade den Krankenwagen nicht. Ja, aber gut, weiter geht's. So. Das heißt, ich gehe jetzt hier den ganzen... Nein, eigentlich wollte ich... Genau. Das wirkt aber extrem umständlich. Ich wette, das ginge auch schneller, nur habe ich es nicht gesehen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Na, kannst du da... Danke. So. Dann so. Den aktivieren. Draufwer... Hallo. So. Und dann so. Moment. Moment, kann ich dich so rüberwerfen? Nee, ich wollte nur sicher gehen, dass du jetzt nicht sofort verschwindest. Das heißt, jetzt aktivieren wir nochmal den. Nein. Oh. Oh, Mensch. Warum mache ich es mir eigentlich so umständlich, ja? Ich kann doch auch einfach darüber. Meine Fresse. Hepp. So. Nein, kann ich natürlich. Oh, Mensch. Das ist echt gerade kacke. Mann. So, geh. So. Und jetzt bitte. Bitte. Nein. 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 Gut. Mensch. Okay, jetzt habe ich mich echt angestellt. Aber hey, ich habe es geschafft. Ich glaube, das wird der Horror die Welt. Man muss eine Menge denken. So, kann ich dich? Okay, du kannst mir zumindest nicht wirklich was tun, aber du schiebst mich da durch. Danke. Scheiße. Wenn ihr mich... Komm mal her. Danke, kleiner, schwacher Mann. So, komm her, du Männchen. Schieb mich mal da durch. Danke. Hepp. Ah, das sind bestimmt diese Donut-Dinger, die, wenn man zu lange draufsteht, runterfallen. Die kennt man ja aus dem Mario-Universum zu... Ups. Sauber. Sauber. Und fertig. Das zweite Level ging dann wieder mal erstaunlich schnell. Aber das erste, da habe ich mich extrem angestellt. Aber hey, ist ja auch egal. Weltnummer. Ach, stimmt. Ach. Ach, diesmal können wir wieder ein paar Leben gewinnen. Okay. Okay. Komm schon, ich will drei. Ich will drei. Ich will drei. Gib mir drei, gib mir drei. Wuhu. Ich wette, die kann ich noch gebrauchen. Auch wenn ich in dieser Welt noch nicht gestorben bin. Und ich versuche mal nicht immer so schnell zu reden, weil mir wurde in letzter Zeit wieder gesagt, dass ich manchmal nicht zu schnell rede. Wobei ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel am Skypen bin oder so, ist das nicht annähernd der Fall. Hahaha. Aber gut. So, schauen wir mal. Aber ich glaube, auf dieses Ding da komme ich nicht. Da brauche ich gelb, ne? Ja, da brauche ich gelb. Da können wir blau aktivieren. Sollten wir tun. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Eins nach dem anderen. Das heißt, wir aktivieren den. Gehen dann sofort wieder zurück. Gehen wir hier rauf. Fahren wir mal kurz weiter, weil... Wobei, ich würde, glaube ich, lieber den gelben aktivieren. So. Jetzt können wir nämlich den holen. Dann können wir auch den Schlüssel gleich mitnehmen. Da muss ich nicht so dumm da irgendwie versuchen durchzuspringen. Außerdem komme ich jetzt auch an den Schlüssel ran. Das ist also definitiv auch ein Vorteil. Und gut. Ah. Mist. Mist. So klappt das also nicht. Ah. Du bist scheiße, Mario. Gut. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, ich muss erst den blauen, dann den gelben und dann erneut den blauen drücken. Und dann denke ich, dass das die Lösung des Rätsels ist. Schauen wir mal. Das könnte sogar hinhauen. Weil sonst komme ich da nicht hoch. Ich brauche diese Mittelplattform für den Schlüssel. Sonst schaffe ich diesen Jump nicht. Ha. Und du hast dich mal Jumpman genannt. Ja, ich bin enttäuscht von dir. So, nehmen wir den. Na, nehmen wir den bitte. Danke. Wie viel Zeit ich im Endeffekt für die Level brauche, ist mir relativ egal. Ich meine, wie gesagt, ich spiele jedes Level hier zum ersten Mal. Und da ist es für mich nicht wirklich notwendig, überall gleich die perfekte Wertung zu kriegen. Ich denke mal, da seht ihr auch nicht anders. Aber wenn ich natürlich irgendwo einen Highscore kriege, dann freue ich mich natürlich drüber. So, jetzt aktiv. Ah, das war jetzt doof. Das war jetzt doof. Da komme ich nicht rauf. Ach man, du bist so eine ekelhafte, Spaghetti-fressende irgendwas. So, rüber, rüber. Ihr dürft nicht vergessen, das Spiel hier hat keine Altersbeschränkung, glaube ich zumindest. Und deswegen sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr auf meine Wortwahl für dieses Projekt achten. Oh Mann, das heißt... Nein! Gut, ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. Wie mache ich das? Das Problem ist, dass ich diesen Einschalter da nicht aktivieren darf. Komm, komm! Gut. Ne, ich muss eh da rauf. Gut, ich könnte auch rein theoretisch erst durchgehen, die ganzen Box tun und dann nochmal kommen. Oder Moment, klappt das? Ha! Hast du davon, du dummes Spiel? Habe dich ausgetrickst, ne? So, jetzt muss ich aber auf dem da landen. Oh, komm, steh auf, steh auf, steh auf! Stehst du auf! Ah, gut. Gut, 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 gut. Aber ich glaube, so habe ich mir eine Menge Arbeit abgenommen, weil das sonst mit dem Schlüssel einfach zu ekelhaft gewesen wäre. Jetzt aktivieren wir aber kurz den. Ne, das war falsch. Kacke, jetzt komme ich doch nicht an den Schlüssel ran. Ah! Ich muss erst den Schlüssel holen und dann das Ding aktivieren. Mensch, Mensch, learning by doing here. So, nehmen wir den mit. Dann gehen wir hier hin. Dann jetzt können wir auf die blaue. Und dadurch sollten wir die Möglichkeit haben, weiter nach oben zu gehen. Ja, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht auf dem Schalter lande. Das wäre nämlich gut. Sauber. Ha! 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 Oh, fuck, ich muss den Schalter... Oh, Mann, ich muss den Schalter aktivieren. Mann. Meine Fresse, wo ist der Schlüssel? Mann, das läuft nicht mal annähernd so, wie ich mir das vorstelle, das Level. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast, Ente. Das ist echt brutal, sich hier zu merken, wie man diese ganzen Level lösen muss. Das ist echt ekelhaft teilweise. Mein Gott, man muss echt eine Menge überlegen, weil... Moment, oben brauche ich die gelbe. Das heißt, ich muss diesen gelben Schalter aktivieren. Gut, das heißt, hier muss ich rauf. Aber das heißt, dass ich jetzt mit dem wieder zurück muss, weil ich kann unmöglich mit dem Schlüssel bis da auf diese Plattform jumpen. So, aber damit ist wenigstens die gelbe Plattform da. Das heißt, jetzt sollte es hinhauen. Bitte. Bitte, bitte. Oh, Mann. Ha! Das hatten wir auch noch nie, oder? Hört mal, es gibt da eine andere Mucke für die letzten 30 Sekunden. Ha! Wieder was gelernt. Ja, und jetzt den zweiten Teil. Eigentlich muss ich nur nach oben gehen. Sieht noch gar nicht so schwer aus, aber der blaue Schalter... Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was der macht, aber schauen wir mal. Ach, der stoppt euch! Interessant! Cool, das heißt, der stoppt euch wahrscheinlich. Geile Sache auf jeden Fall. Ah, gut, aber ich muss euch noch ein bisschen fahren lassen, sonst komme ich da nicht rüber. So. Okay, Stachel, komm mal runter. Danke. Danke. Komm schon, Stachel. Dankeschön. Ha, gut, dass man über die rüber laufen kann. So, ich stoppen wir mal kurz, dass wir da rüber können. Sauber. Komm schon, Mario. Danke. Zeig, dass du die guten Sprünge drauf hast. Du musst ja nicht immer in den Tod fallen. Komm, schaffst du das? Oh! Sauber! Wuhu! Okay, den zweiten Abschnitt habe ich wieder um Welten schneller geschafft, aber gut. Stern kriege ich trotzdem nicht, weil ich für das erste Level deutlich zu lang gebraucht habe. Hm. Ach so, das kann, kann es eigentlich sein, dass man dieses Minispiel nur kriegt, wenn man alle drei Boxen in dem entsprechenden Level gekriegt hat. Kann das sein? Das würde nämlich Sinn machen, weil ich habe ja im ersten Level das, glaube ich, nicht bekommen, weil ich da die eine, die erste Box nicht geholt habe, ne? Jo, ich denke mal, so funktioniert das. Interessant. So, Welt 4, Level 4 und jetzt führen sie die Buhus ein. Buhus, wer sie nicht kennt, sind in sehr vielen Marios vertreten. Ich weiß nicht, wo sie das erste Mal vorkam. Ich würde schätzen Super Mario Bros. 3 und die haben eben die Angewohnheit zu sagen, seh mich nicht an! Aber wenn man sie nicht ansieht, dann kommen sie hinterher. Ja, und Moment, ich glaube auch nicht, dass ich auf den auf kann, aber wir können da lang weiter. Machen wir das mal. Buhu, lass mich mal in Ruhe. So, hätten wir die Box. Wenn ich den blauen aktiviere, was passiert denn dann? Schauen wir mal. Oh, 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 oh. Fuck. Ach so, die kommen einfach nach. Gut, gut. Ha, ha, ha. Ich wollte eigentlich diesen coolen Jump über dich rüber machen, aber war wohl nicht nötig. Tja, hast du davon, du dummer Buhu. Dummer Buhu. Ja. Aber ich denke, ich habe es richtig gemacht. Nur leider hat es nicht ganz gereicht, weil dieser dumme Buhu einen nicht in Ruhe lässt. Nein, geh weg. Komm, 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 komm. So, der zweite Starre auch weg, gut. Komm, zack, rüber. Ah, wie kannst du aus Materie bestehen? Du bist ein Geist. Ah, gut. Mein Gott, ich meine, hier ist nur ein fucking Gegner auf dem Screen, ja? Ein einziger. Und der macht mich fertig. Das ist doch kaum zu glauben, oder? Komm, schaffe ich das so? Nein, oh, oh, das schaffe ich nicht so schnell. So. Okay, ich muss sicher gehen, dass der da nach oben geht. Komm, geh da nach oben. Ha, du dummer Geist. Nein, ich spür zu. Wow, 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 wow. Sauber. Das soll mich bloß in Ruhe lassen, ey. Nein, Mario, was machst du denn? So, so, komm. Nein. Okay. Dann habe ich gemerkt, Mario kann nicht an diesen Seilen vorbeispringen, wie es aussieht. Doom. Sehr doom, aber gut. Egal, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, rüber, rüber, rüber. Ich weiß nicht, habe ich den Geist vom Screen weggelockt? Ist er weg? Nein. Mann, dabei war ich doch eben so schnell. Meine Fresse. So, jetzt aber bitte. So, jetzt schnell weg, 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 weg. Immer umdrehen. Man hört ja auch trotzdem, dass er sich zu einem bewegt. Aber ist geil, dass das so weit reicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dummer Geist, bleib auf deiner Seite. Nee, das klappt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Fuck, 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 fuck. Gut. Nein, 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 nein. Leck mir meine Schnürsenkel, lass mich in Ruhe. Moment, wofür? Ach so, den muss ich aktivieren, gut. So. Nein. 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 Moment, ich habe eine Idee. Moment. So, ganz ehrlich. Ich mache mir bestimmt nicht die Mühe und laufe mit dem Schlüssel hier einmal rum. Ich bin noch nicht bekloppt. Dann warte ich lieber, bis der Schlüssel hier respawnt. Hep. Nein. Aber gut, wir leben noch dank dem Schlüssel. Dank dem Schlüssel. Menschen. So. Moment, komm. Nein. Nein, 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 nein. Komm. Nein. 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 Ich hatte doch alles. Ich hatte alles verdammt nochmal so, wie ich es haben wollte. Aber dieser scheiß Geist. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ein Puhu so nerven kann. Komm. Mach. Meine Fresse, ey. Eigentlich brauche ich diese Plattform ja nicht mal, glaube ich. Aber gut. So, sorry, Leute. Schauen wir mal. Wer hätte gedacht, dass mich dieses Level so lange auffällt. Ich meine, es ist doch nicht mal wirklich schwer. Ich habe dir ja eben schon gezeigt, wie es eigentlich geht. Nur irgendwie hat mich dieser dumme Buhu am Ende dann doch gestört. Wenn ich die Möglichkeit hätte, das wieder auszuglitschen und von hier schon da durchzukommen, das wäre natürlich genial. Aber das scheint nicht zu gehen. Klappt das? Gut. Gut, gut. Komm, komm. Nein, 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 nein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir nehmen den Geist. Jetzt bist du hier mit. So. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Du bleibst da, verdammt. So, du bleibst immer noch da. Das ist mir sowas von egal. Denn jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Nein! Warum springst du, Idiot, denn ich? Ohne Witz. Der ist nicht gesprungen. Ah, der ist nicht gesprungen. Wieso springt der nicht, wenn ich doch drücke hier? Hahaha. Hüpp. Na also, kann er es doch mal. Ah, Glück gehabt. Mensch, das Level war scheiße. Ich habe schon keine Lust mehr auf diese Welt. Die ist echt ass. Mhm, 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 mhm. Ich muss wahrscheinlich da einmal rüber. Dann den blauen, dass ich da durchkomme. Der schiebt mich durch. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Gut, klingt zumindest sehr simpel. Aber es würde mich ja sehr wundern, wenn es im Endeffekt auch so simpel ist. Wow. So viel Paper, Mario. Hahaha. Interessant. Okay. Schauen wir mal. Vorsichtig. Komm, 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 komm. Lass dich nicht nochmal zerdrücken, Mario. Danke. Nein, der Buhu nervt mich jetzt mal nicht. So. Jetzt runter auf den blauen. Genau. Genau so habe ich mir... Okay, ich sehe gerade, das ist auch doof. Weil dann kann ich da lang gar nicht zurück. Ha. Hat sich das Spiel natürlich fein überlegt. Aber... Das Spiel hat nicht überlegt, dass wir das auch so können und wieder nach oben kommen. Hahaha. So, guck immer schön nach unten, Mario. Lass dich bloß nicht von dem überrumpeln. So, kommst du? Schieb mich mal durch. Danke sehr. Na, also. Ich glaube, die Aufnahme geht schon fast 20 Minuten. Dürfte sie gehen. Fast, fast. Also, ich denke mal, die Welt können wir aber trotzdem beenden. Ah, nur noch zwei leben? Das ist ja richtig fies auf einmal. Okay. Das Spiel habe ich zumindest noch nicht verloren. Könnte aber vorkommen. Na? Ah, Mist. Die gelbe ist die schlechte, die rote ist die gute. Nein! Äh, äh. Daneben nicht. So ist es eh nicht mehr so viel. Stimmt, die Wumms haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, wa? Die kamen, glaube ich, nur im ersten Level vor. Gut, da sind sie wieder. Schauen wir erst mal kurz. Okay, zu dem Ding kann ich es sofort. Da muss ich aber danach das blaue aktivieren. Und muss hinterher dann doch wieder das rote aktivieren. Okay. Oder wobei, ich könnte auch erst den Schlüssel holen. Das wäre vielleicht intelligenter. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, nur vielleicht. Ich könnte mich auch irren. Schauen wir mal, schauen wir mal. Eigentlich dürfte ich auch so an alles rankommen. Ist nur die Frage, ob Mario diesen Sprung überlebt. Ja, tut der, tut der, tut der, tut der, tut der, tut der, tut der. Ich glaube einfach, ich würde auch mal behaupten, dass das nicht so gedacht war. Haha. Aber stört ja nicht. So. So, aber ich glaube, ich habe das Level ausgeglitscht. Stell ich mir zumindest so vor. Weil es kann doch niemals so simpel gewesen sein, oder? Haha. Habe ich einen guten Glücksmoment gehabt. Finde ich gut. Okay. Hier haben wir verschiedene Geister, die wir mithilfe dieser Schalter einsperren. Hm. Hm. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, welchen wir hier drücken müssen. Wahrscheinlich den gelben. Ne? Weil jetzt können wir da durch. Hm. Ich weiß es nicht. Ne, den blauen. Weil dann kann der... Genau, aber jetzt bitte noch nicht. Das war ein bisschen blöd gewesen. So. Weil ich glaube, der könnte uns sogar verletzen. Ich weiß es nicht. Okay. Ne, ich brauche den roten. Weil ich da raufen muss. Okay. Ich frage mich, ob der uns verletzen kann. Ich weiß es nicht. Ist ja nur ein Geist. Aber ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass der andere Geist uns, wow, verletzt hat. Und das war... Gut. Hätten wir das auch geklärt. Aber das lief auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ha. Schauen wir mal. Moment. So. Hoch hier. Da. App. Mario. Gut. Machen wir das anders. Aktivieren wir ganz schnell. Ne, das klappt so nicht. Ah. Ich glaube, Geister sind so richtig meine Schwäche, ey. Zumindest in dieser Welt, die schon darauf setzt, viele Geister einzusetzen. Aha. So. Hoch hier. Moment. Ich warte einfach hier. So. Was? Was? Ja, ja. Auf ein neues. Das sah doch schon gar nicht so schlecht aus. Moment. Gehen wir mal kurz hier. Nein. Oh. Huh. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Aber ich habe es irgendwie geschafft. So, interessanterweise können wir jetzt das Gelbe aktivieren. Sauber. Sauber. Moment. Komme ich da auch irgendwie rüber? Gut, komme ich. Gut. Schauen wir mal. Gibt es nur noch den Blauen? Aber ich muss den Blauen aktivieren, merke ich gerade. Sonst kommen wir da gar nicht weiter. Okay. So, wir müssen also den Blauen aktivieren, um da weiterzukommen. Okay. Dann würde ich mal sagen, mache ich das so? Ne. Das ist falsch. Ich muss mir ja auch quasi die Treppe bauen. Das dürfte gehen. Sieht zumindest sehr passabel aus. Oder. Ah, ich erzähl mir jetzt nicht. Ich muss das auch noch so hinkriegen, dass der bis da drüben läuft. Gut. Anscheinend ja doch. Ah, wie soll denn das hinkommen? Das klappt doch vorne und hinten nicht. Das heißt, ich muss jetzt von dem ans Seil kommen. Ah, gut. Mein Gott. Okay. Den Sprung schaffen wir. Sauber. Das war anstrengend. Gerade diese Ordnung mit dem Blauen hier am Ende. Das war echt extremst anstrengend. Aber er hat geschafft, das geschafft. Fünf Leben. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich liebe dich. Komm schon. Hab ich, hab ich, hab ich. Booyah! Sauber, 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 sauber. Okay. Vier, sechs. Was haben wir jetzt? Doppelte Minibums. Sollte auch nicht zu schwer sein. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Aber das sieht aber brutal aus. Wie komme ich denn? Am besten wäre es eigentlich, wenn ich jetzt direkt hochgehen würde, mir das Item hole. Aber, ach, der Schlüssel ist ganz oben. Da komme ich aber nicht einfach so hin. Das heißt, ich muss danach Gelb aktivieren. Aber während Gelb aktiviert ist, komme ich da nicht hoch. Schauen wir mal. Gut, ich komme aber so hoch. Ich mache das wirklich so. Ich hole erstmal die Box. Wow! Ja, Unverwundbarkeit, du dummer Stein. Gibt es wenigstens in dem Spiel. Nächster Willen, God of War. Oder wenn, dann ist sie da so kurz, dass sie eigentlich auch nichts bringt. Und, ja, wenn Timing aber so kack ist, dass ich da nicht drauf hoch kann, ist das natürlich auch eine andere Sache. Ich glaube, das Timing ist hier drüben besser. Jap, sage ich ja. Okay. Ah, ich sehe gerade, ich hätte dann hinterher noch die Dinger drehen können, oder wie? Aber gut, passt. So, jetzt aktivieren wir mal den. Ich glaube, mit dem können wir schon was anfangen. Zumindest da drüben auf der Seite. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt regeln muss. Gut, werden wir sehen. Erstmal hier rauf. Lackt das? Nein, gut. Doch, lag das? Moment, wartet mal. Okay, jetzt müsste es eigentlich besser sein, so. Schauen wir mal, Mark, die wählen wir mal den hier, weil den brauche ich. Ach, ich verstehe schon. Das heißt, dadurch müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg fahren. Ah, und diese Donut-Dinger respawnen sogar. Interessant, okay. Und dadurch können wir jetzt an den Schlüssel und haben es sogar direkt geschafft. Das ist aber echt sozial vor dem Spiel, dass es nicht nochmal sagt, gut, gehe jetzt nochmal runter und wechsle auf Rot oder so. Ne, finde ich gut. Finde ich gut. Tach, aber es war ja erst der erste Abschnitt, ne? Lass mich raten, wir dürfen dieses Vieh ganz nach unten bringen. Wofür weiß ich zwar noch nicht, aber wird man sehen. Gut, Rot ist aber im Moment die richtige Farbe, weil wir da hin können. Ah, ich sehe schon, das Level wird echt brutal. Schauen wir mal. Erstmal brauchen wir definitiv... Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Wir brauchen nämlich den Blauen, dass wir da überhaupt hoch können und dass wir hier durch können. Beziehungsweise, ja doch, wir brauchen den, damit wir durch können. Das war also der Grund. Ja, gut. Höp, danke. Hätten wir das schon mal. Jetzt der Gelbe. Den brauchen wir... Was passiert denn dann? Den brauchen wir eigentlich gar nicht. So, aber ich brauche definitiv den Roten. Ich muss den Roten so geschoben haben, äh, aktiviert haben, dass, äh, ja, ich da rüberkomme. Ne, das ist doof, glaube ich, gewesen, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen doof. Ich glaube nicht, dass ich den so kriege. Ne, kriege ich nicht. Okay. Ups. Aber wir haben ja noch eine Chance. Schauen wir mal. Komm, hier lang. Komm. Schieb mich mal durch. Dankeschön. So, einmal darf ich es noch versuchen. Ja, der Gelbe bringt doch gar nichts, oder? Ich weiß jetzt nicht, was der Gelbe macht. Was? Hm, genau. Aber ich müsste das ja dann eigentlich so stoppen, dass der Unterste in der Nähe ist, weil das wäre ja die beste Möglichkeit, das aufzuhalten. Zumindest sehe ich das gerade so. Na komm, schieb mich mal durch. Und ich glaube mal, dass da ein Gelber Schalter ist, damit, falls... Ne, das kann ja auch nicht sein, weil man muss ja hier den Blauen gedrückt haben, um hier hochzukommen. Ich habe keine Ahnung, für was der Gelb ist. Aber gut. Na komm. So, schauen wir mal. Genau so, denke ich, muss das sein. Weil jetzt kam ich definitiv auf das Ding rauf. Es ist halt nur die Frage, ob ich da rüber... Sauber. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist ja mal schön, wenn das auch so klappt. Ne, ich klappe da wieder hoch. Ne, kommen wir nicht. Ha, gut. Aber den Weg nochmal gehen sollte auch nicht zu stressig werden. Hä, rüber. Komm, fahr mich durch. Yeah. Das kann auch nur Mario. Hä, so. Komm. Komm, fahr nochmal zurück. Na, spinnst du? Gut, machen wir uns das jetzt mal einfach. Komm, fahr mich mal durch. Wow, das sah ganz schön knapp aus. So. Hier brauchen wir den blauen, auf jeden Fall. Und dann haben wir es. Okay. Na? So. Sauber. Ah, gut. Gut, gut, gut. Und nochmal ein bisschen Bonus. Wieso denn nicht? Aber ich glaube, jetzt kommt wieder das mit dem Abwehren, ne? Ne, haltet den Pfeil an. Das mag ich mehr. Das ist viel leichter. Sage ich ja. Zumindest ist das berechenbar. Das andere ist nicht berechenbar. Aber gut. Mini-Mario-Time. Lass mich raten, wenn die von dem Ding erwischt werden, sind sie platt. Okay. Okay. Ihr dürft wieder ein bisschen schreiben. Wartet mal, bevor ihr da... Ihr geht da bestimmt nicht lang. Ich beschütze meine Männer. Ja, ja, Mario, ja, ja. Jetzt ist nur die Frage, wie... So. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Weil ich darf die ja nicht sammeln, ne? Aber ihr dürft. So. Schauen wir mal. Gelb. Was macht Gelb? Den Weg, dass wir da weiter können. Ist wahrscheinlich sogar erforderlich. Moment. Ich muss mal nochmal den roten machen. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Achso, gut. Das ist aber auch gut, weil jetzt kann er weiter nach oben. So, kommt schnell, 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 meine Männer. Kommt, 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 kommt. Gut. Genau. Jetzt ist nur die Frage, wahrscheinlich müssen wir erst den anderen noch holen. Das heißt, wir gehen erst mal noch ein Stück weiter nach oben. Na, kommt ihr beide bitte auch noch. Danke. So, ihr bleibt jetzt da stehen. Nein, nein, nein. Nein! Okay, ich habe eine Idee. Ich block den einfach da drunter. Aber ich glaube, das ist es. Genau das ist es. So, das heißt, rüber. Ja, ja, haltet mal die Schnauze. So. So. Gut, 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 gut. Das wäre Nummer eins. Jetzt kriegt ihr den. So. Alle rüber. Sauber. Das heißt, jetzt aktivieren wir. Hallo. Ihr scheiß Viecher, könnt ihr mal bitte da weggehen? Hallo. Komm, geht mal zur Seite. Ha, das war elegant gelöst. So, weiter, 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 weiter. Gut. Irgendwie habe ich Angst, dass im Bosskampf vielleicht sogar ein Buho rumläuft oder so. Das wäre, glaube ich, echt brutal. Gut, dass hier wenigstens keiner ist. So, kommt, weiter hoch. So, und was ich jetzt wahrscheinlich machen muss, ist einmal da hin. Und so. Oh. Nein. So, holt das mal. Gut, jetzt haben wir das O. Jetzt kommt alle hierher. Kommt, 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 kommt. Holt einmal kurz den Buchstaben. Holt die mal. So, wieder zurück. So, klappt das überhaupt so? Oder hätten wir da durchlaufen müssen? Ich weiß gar nicht, wie hätte ich denn die hochkriegen sollen? Es wirkt irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber ich kann euch ja unmöglich hochbringen mit dem blauen, weil dann könnt ihr nur bis da laufen. Und der gelbe? Hm. Da drüben ist noch ein blauer. Aber den habe ich ja zu Anfang schon gebraucht. Ich verstehe gerade nicht, wie ich die rüberkriegen soll. Ich kann es ja nicht noch höher springen lassen. Es ist auch keine Sprungfeder da. Wie sollt ihr denn da rein? Bringt doch nichts. Jetzt erzählt mir nicht, ich muss euch so auf den Wump lenken. Nein. Nein. Aber ein paar von euch haben es geschafft. Nein. Meine Fresse, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Aber irgendwie sind ein paar rübergesprungen. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Wie habt ihr das geschafft? Springt mal hier rüber, schafft ihr das? Ihr könnt... Ihr verarscht mich doch. Ihr seid doch scheiße. Jetzt habe ich nicht mal alle bekommen, weil... Die können da rüber springen. Die können da rüber springen, ja? Ich fühle mich echt ein bisschen verarscht. Die konnten da rüber. Und es war so klar, wir haben da ein paar von diesen ekehaften Geistern im Bostkampf. Dann ist es Bost-Time. Und ihr seht schon, wenn er die Scheiter drückt, dann scheinen diese Viecher halt lebendig zu sein. Oh, ich verstehe schon. Das heißt, wenn er auf den Roten drückt, dann würde der Rote auch lebendig werden. Und das sollten wir erst mal verhindern. Zack. Aber an sich wirkt der Kampf nicht wirklich schwer. Ich nehme mir einfach immer den, wo er gerade drauf gedrückt hat. Oh, fuck. Kacke, das freut dich, du dummer Hafe. So gut, das nimmt ihn dann immer diese Geisterfähigkeit. Wow. Ja. Moment, Moment. Wow, wow, wow. Alter. Gut, der Kampf ist aber ein bisschen nervig, weil diese Scheiß... Kommst du runter? Ne, kommst du nicht. So, du bist aber unten. Mann. Mann, no. Mensch, 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 Mensch. Hep. Sauber. Wow, 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 wow. Gut. Scheint doch, er kann die Scheiter nicht unbedingt drücken, wenn ich gerade noch so ein Vieh festhalte. So. War schon ein bisschen knapper, aber hey, geschafft ist geschafft. Ich bin froh, dass die Welt vorbei ist. Die war echt nicht einfach. Hahaha. Yeah. Aber gut, damit hätten wir die Geisterwelt, Welt Nummer 4 abgeschlossen. Was erwartet uns nächste Woche? Schauen wir mal. Ja, Welt Nummer 5 ist schon klar, aber ich will halt wissen, was da vorkommt. Sieht wieder ein bisschen dschungelmäßig aus. Mystic Forest. Okay, und es scheint ein paar Bob-Oms sind dabei. Aber, was da alles genau vorkommen wird, sehen wir beim nächsten Mal in Let's Play Mario vs. Donkey Kong. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin. Bis dahin und bis dahin.